Jo, moin, grüßt euch. Samstagmorgen. Ja, gestern Abend kamen sie doch noch, die Schlüsig-Holstein. Dann noch mal einen ganz großen Lob an Nils Cookie, der noch alles gegeben hat, damit es wirklich noch rauskommt. So. Wir werden gleich voll durchstarten. Let Army, grüß dich. Einen wunderschönen Samstagmorgen. So. Gucken wir mal. Vierfach-Map. Original-Nachbau. Paul, grüß dich. Auch dir einen schönen Samstagmorgen. Waldi, auch dir. Moin. Ja, trotz was gestern so spät geworden ist, sind wir wieder früh wach. Ja, Maische Plus, Manur-System und ein Season-Ready und so weiter. Alles drauf. Es sind insgesamt, mal gucken, 184. 193 Felder mit Wiesen. 194 sogar. Klein bis mittelgroß. So, wie es halt da oben in Städte-Holstein ist. Mario, grüß dich. Auch dir einen schönen Samstagmorgen. Er hat mehrere Höfe. Hier ein Pferdehof. Hier ist... Wollen wir mal gucken. Ne, Tankstelle nicht. Hier ist, glaube ich, noch ein ganz kleiner Bauernhof. Hier ist ein Kuhhof. Hier ist ein großer Kuhhof. Schweinehof. Hier ist auch noch so ein kleiner Huf. Ne, Quatsch. Das hier oben, das ist der Lohner. So war das. Woll ich jetzt erstmal selber Trecker fahren. Okay. Nein, dann viel Spaß. Ach ja, ein Schafhof ist hier auch nochmal. Aber es ist alles drauf. Hier haben wir zwei Filmen. Ein Käse Puma. Bein eine Länge. Jede Menge Zusatzkäse. Oh, je, je, je. Und ich war's drin. Und ich war's drin. Und ich war's drin. Und ich war's drin. So, fliegen wir mal kurz über die Karte. Wir wollen mal für die Fahrschule üben, einen Hänger, Rückverschieben und so Kram. Güllelager, achso, es gibt glaube ich acht Güllelager, die du dann zwischenlagern kannst. Übung macht der Meister, Jonas, äh Paul, Entschuldigung. Wir kommen jetzt auf Jonas, ach wir sind jetzt an der Brand, ist jetzt sogar Rübenfabrik. So, hier runter. Daniel Max, grüß dich, auch dir einen schönen Samstagmorgen, hier ist Salona, genau. Die Map ist mega. Schau bei dem auch zu, der die gebaut hat, das haben ja viele mitgewirkt, ne an der Map. Das war ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du gestern Abend dabei warst, im Stream, da habe ich schnell noch ein paar Fehler gefixt, dass die dann wirklich rauskommt. Und der Shop war hier auch irgendwo. Da ist der Shop. So, hier ist nochmal so ein kleiner Kuhhof. Auch viele Wiesen bei und ach, das ist sehr groß die Karte. Ah, okay, hier ist der Schweinehof meine ich, der Gutshof ist das, das ist der Gutshof. Benjamin, grüß dich, auch dir einen schönen Samstagmorgen. Den gibt es unten in der Beschreibung ist der Link drinnen. Da anklicken und dann könnt ihr sie runterladen. Den gibt es bei ihm nur auf dem Discord und auf Facebook. Meine ich auf Facebook auch noch. So, mal hier wieder hoch. So, da ist der Staathof, genau. So, mit Biowassanlage. Freilandsilos nochmal extra hier nochmal einen Kuhstall. Und hier hinten haben wir nochmal den Schweinehof. Und nochmal eine BGA. Aber ihr müsst darauf achten. Darunter ist noch ein Link, da ist die Beschreibung. Wir brauchen nämlich ein paar Mods, die müssen mit rein. So. Dann wollen wir es mal in unserem Fuhrpark verkaufen. Das nicht. Ne, fangen wir von vorne an. Was hier am Maschinen alles drin ist. Für uns unsere eigenen. Mal sehen was an Geld zusammenkriegen. Weil es gibt leider keine Startfelder, so wie ich gesehen habe. Er hat zum Schluss nie richtig reingehauen. Tag und Nacht angehockt. Gestern auch nochmal. Er hat gestern im Stream noch schnell Sachen gefixt, damit die wirklich noch rauskommt. Da konnte man gestern genau wieder sehen. Man kann testen so oft man will. Und irgendwann taucht ein Fehler auf. Und das ist gestern genau passiert. Den aber Gott sei Dank dann doch noch beheben konnte. Ich bin mehr auf Kandelin. Für mich die beste 19er. Das ist ja Geschmackssache. Kandelin ist auch sehr schön, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nur eine gute Karte. Es gibt viele gute Karten. So, was haben wir jetzt an Geld? 1,2 Millionen. Ja, uns gehört nicht viel, ne? Was haben wir hier drauf? Sonnenblumen? Oder Roggen? Kann man jetzt schwer sehen, ne? Können ja mal hinlaufen. Feld 10. Und hoch geben. Roggen. Gut. roggen was kostet das feld 13.000 habe ich feld 9 ach die ganze zusammen so eine wiese brauchen wir natürlich auch 119.000 es gibt tausend gute karten das ist das schlimme man kann nicht entscheiden wie man sagt ja einmal durch den garten genau so da haben wir zucker rüben drauf gut so was kaufen wir denn mal einen schönen johnny holen die 10 uhr 60 30 das ist mein johnny ne frede stein oja frede stein sieht gut aus kennzeichen 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 ne hohen sieht gut aus traurigsteuerung was haben wir noch leon grüß dich auch dir schönen samstagmorgen 40 km h schild jawoll antapeln nehmen wir mal akalyt und klark hohen so den namen schon mal Ich glaube, wir nehmen die hier mal. Ne. Abdeckung, ja. Kommunal. Breitreifen. Die sehen gut aus. Ach, du zählst. Ach, das schaut, ne. Platz haben wir hier. Oh, gar kein Platz. Dann müssen wir es anders machen. Oh, mein Lautstärke mal ein bisschen. Fahrzeug 80 Prozent. Das ist eigentlich gut. Hier sind sogar die PS4 gekommen. Ja, aber die haben sehr viel Satzverbrauch, leider. Aber sie sind da, ja. Mal kurz mal gucken hier. Ah ja, ganz unten. Alles wieder verstellt. Oh, man. Ach, das warst preserve. Mach. Mach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bald kommt ja noch den Norddeich Da weiß man wirklich schon gar nicht mehr, was man spielen soll Eine ist schöner wie die andere Seit 5 Uhr wach, okay Vielleicht müssen wir erstmal ein paar Felder kaufen und abernten, damit wir mal ein bisschen So, wie machen wir das in den nächsten rein? Ja Gleich zum Einkaufen, okay, das habe ich schon hinter mir, also gestern Ach, dieses automatische Blinker aus, habe ich gar nicht drin Naja, es gibt Schlimmeres Es gibt keine beste Kunden wie ein alter Fan, John Dio und MB Ja, davon haben wir auch gehört, Paul, da soll auch noch was kommen Die soll ja schon so gut wie fertig sein Ja, das ist ja schon mal, da soll ich jetzt mal, da soll ich ja auch mal ein 사실 Ja, stimmt. Gucken, wie ist denn die FPS hier? Geht's hier rein? Ne. Ja, die warten alle drauf. Oh, hier, schöne Tankstelle. Genau, Tankstelle. Ach, hier war das Silo, genau. Hier ist das Silo. Na nu. Geht. Ich stelle mir nämlich hier die Anhänger rein. Ach, ich habe ja noch den anderen drauf hier. Ja, den, den. Der ist auch schön. So, 85, 30. Den haben wir auch noch. Das sind nur noch Zahlen an den Konsolen anpassen. Aber das ist so langwierig, ätzend. Aber naja, Stück für Stück. So, jetzt weit genug dünn. So, was machen wir noch? Düngerstreuer, Gewicht. Jetzt habe ich das Multisilo nicht drauf, ne? Äh, Stück. Äh, Stück. Das habe ich nicht drauf. Was gibt's denn an Aufträgen? Düngen und Ernten. Ernte Weizen. Ernte Weizen. Feld 99. Übrigens jetzt Trocknisse. Okay. Oder wir ernten erstmal. Kaufen Felder, die fertig sind. So ein bisschen mehr Geld kriegen, ne? Dann holen wir uns erstmal einen Drescher. Ja, werde ich nicht mehr so reden. Aber die Felder sind nicht so groß, ne? Ich glaube, damit kommen wir schon ganz gut klar. So, nehmen wir dieses Klappschneidwerk. Äh, warum was denn? Nur für den C. Ja, leider. Das stimmt. Leider ist es so. So, wie gesagt, wir haben nur noch 419.000. Schauen wir mal, was Erntereib ist. Wo gibt's denn gutes Geld? Gucken wir mal lieber mal so. Gerste fällt aber. Aber 1.156, das ist nicht schlecht. Raps. Raps, Raps, Raps. Was haben wir noch? Karotten. Aber ich glaube, ich habe den Rohler gar nicht drauf, siehste. Dinkel. Roggen. Roggen, 1,3, auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Das sind Kartoffeln. Ne, das ist selbst wieder anders, ne? Hier ist Gerste. Gibt's sogar erntereif. Müssen wir Geld aufnehmen. Oh, immer noch nicht. Jetzt. Verkaufen wir danach wieder. Lass mal bisschen Geld machen hier. So. Wer aus einer Karte sehen möchte, dann Bescheid sagen. Fliege ich gerne rum und er zeigt auch mal die Höfe und alles. Einfach rein schreiben. Oh. Oh. Halt noch nicht an, ne? Kein Respekt von Löcherfahrer hier. Nee. Nee. adelphia. Ach. Ich weiß nicht. Wenn. Richterfahrer hier j années. Aufhörbar. Tippern ist natürlich typisch. Dorf. Da. Ta. 防gen. Schwerer gibt es ja nicht, kann man auch keinen Umfang, passt. Wie gesagt, ihr braucht dafür 5 oder 6 Mods, die müsst ihr mit draufladen. Wie gesagt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt. Ich denke mal, wenn er 8530 auf Konsole geben würde, würde er auch 50 Slots verbrauchen. Wenn man den so detailliert auch macht. So, dann hauen wir schnell die Gerste runter, weil der Preis fällt. Das wollen wir schnell verkaufen können. Kühlschrankbesatzungsmacht Nummer 1, Finn Luca, grüß dich, auch die einen schönen Samstagmorgen. Danke schön. Oh, es kommt schon wieder Verkehr. Wer brummt so früh durch Nacht und Wind, es ist der Holzfut ganz schön. Wie war es, der frühe Bauer kriegt den Korn oder so ähnlich? Ja, da die gestern sehr spät gekommen ist, konnte ich es gestern nicht mehr machen. Dann machen wir das heute früh, weil heute Nachmittag sind wir bei Erwin. Wieder mit Lanz Bulduk und Hanomag und Co. Oh, guck mal, das Raps sieht auch erntereif aus. Sollten wir im Auge behalten. Jetzt muss man re So, haben wir hier ohne Einfahrt. Oh mein, Radweg nutzen hier. Hmm. Ja, es gibt so viele Sachen, da reicht der Tag gar nicht eigentlich immer, was man so zu tun hat. Und dann werden wir halt einfach hier reinstechen. Was haben wir hier? Ah ja. Grüß Gott, Shira, grüß dich, auch dir einen schönen Samstagmorgen, schönes Wochenende. Und wenn man sich fragen, hat meine Hündin mich geweckt, weil ich raus musste oder weil du triebens, äh die Hündin, die Hündin. Halt. Und wir machen. So. 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 der sich gestern abend noch reingeknitert, dass die wirklich rauskommt aber da hat man genau gesehen, dass dann der Link rauskam wupp, ruckzuck waren die Zuschauerzahlen unten und alle abgehauen hhhhhh hhhm Aber ich habe es auch noch nicht geschafft, Musik zu sagen, dass man nebenbei Musik machen kann. Ich gehe mal frei, natürlich. Es ist feuchtig, wir kommen nichts bis zur Straße hin. Machen wir mal aus. Machen wir mal aus. So. Nee, das wird gar nichts. Man weiß echt nicht mehr, welche mit man spielen soll bei den ganzen schönen Maps. Ja, genau, das habe ich von euch schon gesagt. Es gibt echt sehr, sehr viele schöne jetzt. Was? Ich habe keine Schuhe. Doch, jetzt. Oh, läuft das knapp. Ich habe keine Schuhe. 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 Guck mal, hier kann er abtacken. Untertitelung des ZDF, 2020 Das passt gerade so. Bisschen voll der Bunker, aber gerade kurz, gibt es gerade, ja leider geschrieben, ah, der David, ja sind voll, haben es nicht ganz runter geschafft. So, können wir uns da irgendwie rein? Ich muss nämlich komplett aus dem Rumpf fahren. Okay. So. 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 Jetzt kann ich was hin da rein in den Anhängern, das habe ich gar nicht aufgete... 19.600 19.600 19.600 20.600 Darb ich wenn wir eben auch nochmal bedanken, bevor wir da runter fahren Ups, Kinnus. 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 Grüß dich, auch hier ein schönes Wochenende. Liebe Grüße nach Dänemark. Ah, hier ist mal ein bisschen Grapstwischen. Thomas Gunkel, grüß dich. Auch hier ein schönes Wochenende. Rikki, moin. Auch hier ein schönes Wochenende. Entschuldigung, der Ausbruch ist abgefallen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, eine meiner Lieblingsdrescher hier. Also den fahre ich echt gerne. Das ist eine neue Map, die ist gestern Abend rausgekommen. Das müsste der Maxi 218 sein. Ja. Oder Mega. Ne, Mega 218. Aber was steht denn in den Links drin, in der Beschreibung. Guck mal, was steht denn hier drin. Doch, der Mega. Genau. Der Mega. 8.000 Liter Kornvolumen reicht. 8.000 Liter Kornvolumen reicht. Siehst du, das soll auch mal gut, dass wir da hinten nochmal abgebungert haben. So. 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 Und heute haben wir ein schönes Gefährt. Ah, herrlich. Muss man bei mir unten in der Beschreibung reingucken, da ist der Link drin. Einmal die Beschreibung und oben drüber ist der Link zur Map. Beschreibung bitte gut durchlesen und auch die Mods runterladen, die dazu gehören. Sonst funktioniert das alles nicht. Das ist der Original Link von den ihrer Seite. Martin82, grüß dich, auf dir ein schönes Wochenende und schöne Grüße zur Schweiz. Vielen, vielen Dank. Herkunft lernt von Giants. Wenn man auf die Beschreibung klickt, kommt ein Fehler. Okay. Dann muss ich da nochmal nachgucken. Danke für die Info. Muss ich das nochmal ändern. ShareMods, ja. Das ist der Original Link von denen. Die Beschreibung gibt es auch bei denen im Discord. Ich kann ja mal eben reinschreiben, wie die heißen. So, das ist den hier Discord. Oh, voll. Also ihr braucht die meiste Plus. Mein Nogosystem. Dann müsst ihr von Modhub. Hier, die Halle runterladen. Hier, die Halle runterladen. Das kann sein, dass die auch bei Moddingwelt schon drauf ist. Das kann auch sein, dass sie da auch schon zum Unterladen ist. Er sagen, grüß dich, auf dir ein schönes Wochenende. Ich kann ja mal gucken, ob da vielleicht sogar die Beschreibung drin ist. Guck mal in meine Moddingwelt schnell rein. Genau. Hier. Hier könnt ihr nochmal alles genau nachlesen, runterladen. Sehr geschmacksvolle Zusammenstellung. Technik, super. Ja, ich stehe auf so alte Maschinen. Ich habe sogar. Wo ist er? Da. Pritsche. Ballwagen oder so. Sitzbank. Oder mit Frontlaneanbau. Und den 380 ETA habe ich auch. Dann natürlich, ne. Darf mir auch nicht fehlen. Witte! Die Linie ist so geil. Das ist unser Servis hier. Top. Achso, das Foto. Soll ich nochmal anmachen? da musst du schalte an richtig in meiner mann naja alles klar machen wir natürlich immer noch mal rein mit mit decken wir so danke genau noch mal eine runde kaffee so gut wir müssen anders haben alles klar mai grüß dich hier tschüss beune jo hat er gestern abend noch richtig gast gegeben dass die wirklich noch rauskommt schnell noch ein paar sachen gefixt hat er noch nebenbei kann man zwar ordentlich hinschwitzen aber erst hingekriegt wieder ein grund mehr ls zu kaufen ne ricky ich habe die gestern direkt vom discord runtergeladen der link ist unten drin ne mike oder es gibt noch ein link den kann ich hier rein machen da könnte den auch noch mal runterladen der absolut So bei mir auf dem Discord, Ricky, sind alle Links drinnen, von LS19, bis hin und die ganzen DLCs, auch nur wenn ihr möchtet, könnt ihr da rauf gehen, bald habt ihr mich, wenn ihr nicht Angst hättet, dass dann die Rhein-Wirtschaft bleibt, dann haben wir Schnee und ich hatte Zeit, ja, es gibt viele Landwirte, die im Winter LS spielen, einige. André, grüß dich, auch die einen schönen, schönes Wochenende, vor ein paar Wochen war sogar der Röpers bei mir drauf, der hat sich das auch angeguckt, der möchte das wahrscheinlich auch holen, ist auch ein bekannter Landwirt von Youtube, von Stefan und seinem Kumpel, bekannt von Sivas Usum, Genau, hier, wo der Frühling kommt. Danke André, Daniel, grüß dich, dir einen schönen Samstag, schönes Wochenende. Soll ich später erstmal die Augen scharf stellen, genau, Mike. Wenn nicht, gebe ich dir nachher den Link über den Discord, Mike, von dem, kann ich auch machen. Schön, also, schöne Map, viele schöne Höfe, jeder unterschiedlich. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ob die Norddeich besser ist oder die hier, sie sind beide sehr schön. Ich kann gleich mal die Karte aufmachen, es sind, glaube ich, 195 Felder mit Wiesen. Und da ist auch ein Nachbau aus der Gegend, von Langwedel, von Schleswig-Holstein. So sieht es insgesamt aus, hier hat man den Pferdehof, hier ist der Lohnerhof, hier ist noch ein kleiner Kuhhof, Kuhhof, hier ist der große Haupthof mit BGA, Schweinhof mit BGA, hier ist ein kleiner Hobbylandwirt, sag ich mal, ein kleiner Kuhhof, hier ist nochmal ein Hof und hier ist der Schafhof. Und hier ist das Sägewerk nochmal, 196 sogar insgesamt. Also, schon ordentlich. Sven, Anna, grüß dich, auch dir ein schönes Wochenende. Nein, die gibt es nicht für Konsole. Da ist die viel zu groß, die Map. Bergisch Land, ja, die ist auch sehr schön. Bergisch Land, Epsdorferheide. Es gibt so viele schöne Karten. Ich schätze mal drei Zentimeter, aber alles ist angefroren. Auwe. Ja, sieht wirklich schön aus, die Map. Ja, soll ja noch ordentlich was an Schnee kommen, ne? Ach, wie so bis Sonntag. Ich habe diese Woche beim Nachbartour mit dem Rückanhänger abdecken, Hülfen, Drecksarbeit, oh ja. Aber so ein Rückgewagen ist doch Gold wert, schön mit Kran. Schönes Ding, was da ist. Wollte ich mir damals auch holen. Dann habe ich mir überlegt, auf dem Betrag hinten einen Kran aufzubauen. Aber da sollte alleine die Bodenplatte dafür schon, ich weiß gar nicht, was es damals war, 8000 D-Mark kosten. Das war ja noch D-Mark-Zeiten. Wenn ich ein Rechnen habe, dann lade ich die Karte runter. Das habe ich gesehen, Daniel, ja. Und auch diese stationäre Ballenpresse. Das ist ja ein bisschen so ähnlich wie im 17er diese Go-While. Und das auf Konsole, gute Sache. Läuft. Äh, mittlerweile sind die Dinger noch unverschämt teuer geworden. Okay. Mann, das ist 8 Jahre alt. Heute schwimmen wir 4.000 mehr kosten. Ja, das waren... Ja, ich habe auch nach dem gebrauchten Kran mal gesucht. Ne, also ist ja... Boah. Die werden ja so gehandelt. Ne, da wollte ich mal einen selber bauen. Aber das hat sich dann nachher alles verschlagen. Das hat mich nicht gestört, Ricky, weil ich habe ja alles selber gemacht. Ne. Ich hatte ja die Möglichkeiten. Ich habe ja auch die Holzspalter und Seilwinde alles damals selber gebaut. Bis nachher die Berufsgenossenschaft kam, da musste ich mir eine neue Seilwinde kaufen dann. Aber beim Holzspalter haben sie nichts gesagt. Denkt sich überhaupt was, wenn man sich die Beinpresse holt? Das muss man selber wissen, wie man das macht, ne? Ein Vorteil ist, wenn du die Beine verkaufen willst, dann stellst du das Ding vor den Verkaufsträger, fährst du das Zeug lose da hin und hinten kommen Ballen raus und die hauen den gleichen Trecker rein. Dann hast du die Fahrt gespart mit dem Ballen aufladen und alles. Zum Beispiel jetzt. Würde ich so machen. Ich habe schon im Eindruck, was du schon alles getrieben hast. Oh ja. Ja, ich habe schon einige Berufe durch. Ausredi, grüß dich. Auch dir am schönen Wochenende, schönen Samstagmorgen. Also gelernt habe ich Bauschlosser. Dann habe ich nochmal geprüfte Schweißer gemacht. Dann habe ich umgeschult als Maschinenmechaniker. Industriemechaniker. Und dann halt noch so spezielle Lehrgänge gemacht. So wie Hydraulik und so wie Klimatik. Dann habe ich meine Sägekettenscheine gemacht. Also auch als Baumkletterer. Oh, was habe ich noch alles gemacht. Ich war ja Marinetaucher. Sprengscheine habe ich gemacht und und und. Ich habe noch keine Zeit gehabt, die anzugucken. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Slot sie verbraucht. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal unterladen ausprobieren. Also was für ein Mensch. Ja. Nebenbei zwei Häuser gebaut. Forstbetrieb gehabt. Hof restauriert. Aber das merkt man jetzt auch an den Knochen. Sind ordentlich hin. 13 Stats noch die Fresse. Oh, das ist ja echt top. Da kann man nichts zu sagen. Aber Daniel, so ein Milch-LKW gab es vorher auch schon mal. Das ist jetzt schon, glaube ich, als zweite da rauskam. Das ist jetzt schon, glaube ich, als zweite da rauskam. Ich habe BWL studiert und musste mir die ganzen Metallarbeiten selber überlegen. Ein paar Kursen habe ich schon gemacht. Ja. Ja, also dein Eigenbaugewicht. Echt Hut ab. Schönes Ding. Wollte ich es anders machen. Erst Ausbildung, dann Maschinenbau spielen und dann mal Schrauben. Du, hinterher ist man immer schlauer, Vicky. Hätte ich das für Russ, hätte ich auch so einige Sachen anders gemacht. Aber ich habe auch schöne Sachen erlebt. Nicht nur Negatives. Ah. Paul, frisch gestärkt zurück. Upsala. Halbe Stunde noch. Jawoll. Bist schon aufgeregt, oder? Ja, ich weiß, jetzt gibt es auch einige verschiedene Flüssigkeiten. Genau. Markus Koch, grüß dich. Auch dir einen schönen Samstagmorgen. Schönes Wochenende. Jo, Mike. Na, dann muss es doch gleich voll sein, oder? So lange es jetzt über 1000 ist, verkaufen wir. Erst mal Geld kriegen hier. Ah, Paul, alles gut. Das ist normal. Ganz locker bleiben, ganz easy. Mannschaftspolitik. Jetzt ist das Video zuhören. Sieg mal Geld? Oh, das ist das Video. Tschüss. Die Knochen muss zuhören. POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP. Siegeln. weiß ich gar nicht wieder jetzt früh wo müssen wir denn überhaupt hin landhandel oder denn landhandel ach da wo passt ja das ist gut ha 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 Mike noch nicht ein bisschen geht noch rein cookie hd moin grüß dich auf dir ein schönes wochenende nein für konsole wird gibt es die nicht es ist eine vierfach map die ist zu groß für konsole ach schaltung ist auch nicht schwer gewohnheitssache das ist wie fahrrad fahren wenn du einmal nachher drauf hast kannst du immer fahren philip grüß dich auch dir ein schönes wochenende dann können wir hier gleich abtanken dann können wir hier raus fahren ja genau ja genau ja genau ja genau ich finde die maps auch sehr sehr schön also ich langsam weiß man gar nicht mal welche man spielen will agraplus grüß dich auch hier ein schönes wochenende ist Maisplus dringend erforderlich oder geht es auch ohne ihr könnt es auch ohne spielen hat er reingeschrieben also Maisplus und Manurosystem ist nicht zwingend erforderlich aber die anderen mods braucht ihr unbedingt ja genau Maik das kommt noch dazu das müsste reichen um den vollscreen ja Paul ist richtig ja Marco Wingels, grüß dich, auch dir einen schönen Wochenende, schönen Samstagmorgen. Ja, habe ich schon gehört, dass der zweite Link nicht geht, aber warte mal. Da könnt ihr auch nochmal alles runterladen und durchlesen. Der funktioniert. Ich kann auch noch, warum der jetzt auf einmal nicht funktioniert. Das ist der Link mit der Beschreibung, der funktioniert nicht, den muss ich nachher nochmal rausnehmen. Weiß ich noch nicht, Philipp. Kann ich nicht sagen, das entscheidet sich erst heute Abend. Sonst willst du mich auch auf der Welt, das fahren mit Ostechnik. Kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Manchmal ist es etwas schwierig, vorauszusagen. Weil ich muss immer gucken, wie Frau ich in Arbeit habe, wie sie Zeit hat. Ich fahre erst mal mit dem Kleinträger, geht ja auch mit dem kleinen großen Fahrrad. Danke, Marco. Oh, hier war die ausragend. Boah, die ist auch echt schwer zu sehen. Ach ja, jetzt müssen wir so ein Stück von Rad wegfahren. Ich bin um 8.15 Uhr aufgestanden und direkt den PC an. Okay. Philipp, wir spielen heute Nachmittag nochmal. LS, Multiplayer. Mit Erwin. Ich glaube, ab 13 Uhr, zirka, wollten wir morgen, glaube ich, starten. Hier ist es, hier ist es, hier muss man raus. Die Hinterkaifeck machen wir heute Nachmittag. Oscar, grüß dich, auch dir ein schönes Wochenende. Kann man machen heute Nachmittag, Oscar, machen wir Multiplayer. Bei Erwin. Jetzt bin ich erstmal Singleplayer. Wollten wir mal gucken, ob alles läuft soweit. Bei Nachmittag machen wir die Hinterkaifeck mit Lanz, Handumack und Co. Ganz alte Technik. Ja, genau. Foul, mach das mal. Ein Gebäude und den Rest schmeißen wir bloß in noch einen schönen guten Morgen. Genau, ein Grabfluss. Genau, das Gebäude ist nämlich einmal am Schweinehof. Äh, ups. Äh, warte mal, wo stand das jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken. Da. Das ist das Gebäude aus Motto. Das müsst ihr euch runterladen. Von Vertex Design. Ja. Reifensound-Mod finde ich klasse. Kombiniert mit diesen, äh, Motor-Sound-Strips. 1-A. Lukas Bartel, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Die Velkas Farm ist doch eine Vierfach- oder gibt's auch für die PS4. Äh, die Velkas Farm ist eine Standardkarte. Standardgröße. Und die gibt's auch für PS4, ja? So, hier irgendwo war noch der Verkaufs- da ist er, ne? Gucken, wie wir da hinkommen. Äh, wo ist denn die Einfahrt? Bin ich jetzt vorbeigefahren? Ah, da war die Einfahrt, ne? Äh, da hinten mal drehen. Ach, da kommt ja ein Kreise. Sehr gut. So, hier oben ist schon alle Freude Respωνung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Einfahrt, da muss man echt genau hingucken hier. Die Einfahrt, da muss man echt genau hingucken. Guck mal, da kann man da rumfahren. Da sind eine große Maschine auf die Probleme. So, haben wir die erste Sache noch weg. Erwin, moin, grüß dich. Auch schönes Wochenende. Auch schon so früh wach. So, Junge, ich bin ja erstmal los. Der erste Trigger, dann drücken wir die Dauerung später. Alles klar, Paul. Viel, viel Spaß. Und bleibt ganz ruhig, ganz locker. Läuft schon. Der kann sich nicht mal schlafen, okay? Don Gulag und Rolltkitz auf YouTube. Auch die haben wunderschöne Freunde. Aubex, grüß dich. Ja, auch ein schönes Wochenende. Ja, auch ein schönes Wochenende. Und bleibt 13 Uhr, ne? Wollten wir heute noch loslegen. So, hier war irgendwo. Oh, hier war hier die Einfahrt. Oh, hier war hier. So. Hey, jo. 13 Uhr, jawoll. Ich wünsche euch mal einen schönen Tag. Bis später. Alles klar, Ricky? Gleichfalls. Und wie gesagt, heute Nachmittag sind wir auch wieder live. Diesmal bei Erwin. Jean, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Ich denke, das ist ein schönes Wochenende. Stefan, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Jo, die Lausbubbahn ist wieder unterwegs. Ich rede jetzt schon seit drei Tagen nicht mit meiner Mutter. Oh, das ist eigentlich gut, Aurix. Danke, Stefan. Ich liege im Bett und schaue euch zu. Gell, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Nein, für die Konsole gibt es die Map nicht. Die ist zu groß dafür. Meine Schwester, brauche ich gar nicht zu reden. Die ist ja seine Schuld. Ach, Geschwisterliebe. Aurix, kennt man. Jonas, grüß dich. Dir ein schönes Wochenende. Der Link ist unten drin. Der erste Link. Der zweite ist nur die Beschreibung. Aber der funktioniert nicht. Aber der erste Link funktioniert. Unten bei mir ist eine Beschreibung drin. Oder auch hier. Da könnt ihr das auch unterladen. Hier steht seit ihr weiterfahren. Das ist nicht. Okay. 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 Die Map hat auch Meiße Plus drin. Sprich, Trikale, Roggen, Dinkel zusätzlich. Baumwolle und und wer ist das andere hier? Zuckerrohr. Das ist raus. Dann halt Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln, Elefantengras. Heiko 70, Mooring, auch hier ein schönes Wochenende. Malen, Klee. Folge 70, Mooring, auch hier. Keine 60, Mooring, auch hier. Duarte, du dein sch이� for schlafen. 네. Duist deinem Geist, Du bist du dich. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Elefantengras, ja. Das kannst du aber nur häxeln und als Hackschnitzel verkaufen. Das habe ich mal auf der App Soferheide, glaube ich, mal gemacht. Alles klar, Erwin, mach das. Erstmal ein Käpfchen. Käpfchen könnt ihr eigentlich auch mal gebrauchen. Oh, gleich voll. Viel Frass. Hör auf. Käpfchen und Brezeln, jawohl. Ha, ha, ha. Auch noch was Kaffee betrifft. Kaffee und Milch, also Buttermilch tricke ich auch viel. Ja, noch sehr viel Schnee gehabt die Woche und ging es eben nicht weiter. Ja, da soll noch einiges kommen, ne, im Süden, ne, an Schnee. Ka lake kaffee und Salen, ja. Okay. Ich empfieh'n Frau, die sag' nur 55 Kartoffelpuffer, von denen 5, da war jetzt verschwunden Genau, die suchen wir immer noch, ne? Mein Instagram-Unterhalb und die Bilder von Samenissen hochladen, auch für die Phrase. Ich wurde im E2-Multiplayer bis zum 25. gebannt. Ich bin mir auch sehr fühlt. Au, aufwächst. Bis zum 25. Zwei Wochen. Ach, siehst du genau aus, sie würden kommen, machen. Ja, machen wir den jetzt wirklich schnell voll, dann holen wir uns einen Kaffee. Ja. 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 Und dann machen wir alle fährt. Ah, ich vermute mal die Zweite Kanne, fertig. Oh, weil ich es wieder zurück vom Einkaufen Ja, ich habe einen Konvoi überholt, deswegen Äh, auf der Landstraße? Auf der Landstraße darfst du nicht überholen Auf der Autobahn, ja, wenn du sie nicht behinderst Jo, Daniel Jo, Weili, mach das Lukas Adelbührer Adelbührer, so jung, grüß dich Ja, ein schönes Wochenende Ja, ein schönes Wochenende Ja, ein schönes Wochenende Ach so, Landstraße geholt, okay, ja, das ist nicht erlaubt Goski Nadal, grüß dich, auch dir ein schönes Wochenende Hallo und willkommen So, fürs erste bin ich satt Jason, grüß dich, habt ihr ein schönes Wochenende Dankeschön Lachsbrötchen und Kaffee und ein andermal einmal zu schauen Oh, das ist herrlich, ja Lachsbrötchen oder Kram Jo, bei uns fahren schon wieder die Güllebombe hier durch Mann, 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 Mann Projektour 175秒 Ah, coisa Säger Übergabe Halo Ham Motivate Tama Was ist Lott? Nadal, was meinst du jetzt? So. 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 So, jetzt gehen wir runter zum Abtanken und holen uns gleich mal einen Kaffee. Ach, was los ist? Och, alles gut. Schön am Dreschen. Kleine Kaffee holen. Wie gesagt, wenn noch was reden will, Bescheid sagen, dann pflege ich nochmal die Karte oder zeig das. Machen wir alles. Sterne kochen hier wie. So, bis gleich, hol mal eben schnell ein Käffchen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, da sind wir wieder So, da sind wir wieder Ich kann ja nochmal einen Link reinhauen So, da sind wir wieder So, da sind wir wieder So, da sind wir wieder Umweltrettung, lustig Auch hier ein schönes Wochenende So, Prost, schön Kaffee Ah, es gibt doch nichts schönes Kaffee Okay, am Morgen, LS Äh, was ist so schnell live Oh, I don't understand Wenn meine Schwester ihre Prüfung als Köchchen bestanden hat Ich schicke mich, ich schicke mich, ich schicke mich hier ein Monat zu Erwin für den Beiruss in den Feinschliff Sch principleern ist es, oder? Uh, geht's noch einmal? Ich würde mich ja von allen sämtlichen Herzen begrüßen, alter Schwede. Ja, das ist eine Top-Community hier, echt super. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Ihr seid echt der Hammer. Genau, Wally. Ja, ich weiß. Das alles substit macht einen Angriff for. Ich würde declarieren, was ich an �isson recording. Und noch Publikum ist es nicht mehr so, Sche facile. Die Warszaw Organisation sind ja immer ein N beginnen. Tja, ein Schiff versteckt, wo es auch Moorlicht gibt. Wir hocken doch nicht alles verraten. Ja, soll aber kommen, ne Jürg? Ich glaube Sonntag, weil Nordrhein-Westfalen dahinten. Aber gleich danach hinter mir Regen, also wird wahrscheinlich lange liegen bleiben. Das würde ich nebenbei am Sommer machen, aber morgen alle neuen Zuschauer holen. Oh, wegfliehend. Der WC-O, Sterneko-Kundidermeister und Landsfahrer und Großkundesitzer. Boah, was für ein Titel, ne? Oh Gott. So ein Hängerpack ist echt nicht schlecht, ne? Made in Germany so war. Okay. Willi, grüß dich! Macht dir ein schönes Wochenende! Na, wie geht's hier? Ja. Haha, Jörg! Hahaha! Hahaha! Ja. 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 Ich muss auch mal Fenster schreiben. Auch wieder hell. Ich bin so schnell dreckig hier immer. Die Anhänger habe ich mir auch noch mal runtergeladen, ja. Das ist ein schönes Back, kann man echt nicht sagen. Lukas Reimann, lustig, auch dir ein schönes Wochenende, Philipp Steiner, moing, auch dir ein schönes Wochenende. Ja, kommt auch die Karte drauf an, Jörg, wo man sich das leisten kann. Und dann fehlen auch noch die richtigen, na ein paar ältere Maschinen gibt es ja auf Konsole. Wollen wir ja nicht mehr gerne hier, ne. Aber der eine oder andere könnte auch noch mal kommen. So, dann machen wir da weiter, dass wir den Bogen hier mal rausfahren. So, dann gehen wir mal. So, dann gehen wir mal. Ja, am besten ich mache in den Beschreibung und nachher nochmal den anderen Link rein. Jo, kann ich machen. So, jetzt im ganzen Haus, vierfach Map. Insgesamt mit Wiesen 196 Felder. Dann hat man hier den Pferdehof. Auch sehr schön gemacht. Ich bin in keinem Channel drinnen, ob es gerade. Aber ich kann gerne reinkommen, wenn du möchtest. So, das ist der Pferdehof. Dann haben wir, das ist eine Verkaufsstelle glaube ich, Nordzucker, genau. Dann haben wir hier den Lohner. Ups. Ja, ich komme gleich runter. Das ist der Lohner. Jetzt weiß ich, warum ich nicht mehr schlafen konnte. Mein großer Kaffee gemacht. Den Geruch ließ mir lieber schlafen. Ja. Wie auch diese große Halle hier aus dem Modthub. Das Farmhaus. Hier mit Garage. Ähm. Ja. Werkstatt. Hier ist glaube ich ein Waschplatz, meine ich. Wie kannst du den Kerl hier hinstellen? Genau. Und da ist die Tankstelle. hier. Dann gibt es hier den Shop. Schönen Platz. Schön geräumig. Dann haben wir hier einen ganz kleinen Hof. ganz kleinen Kuhhof. Ja, ich habe jetzt Animal Mansion hier drin. schön hier ein kleiner Milchhof. Dann haben wir hier den, glaube ich, das ist der Gutshof. Genau, das ist der Gutshof. Der betreibt nur Landwirtschaftskarantiere. Man kann sich aber überall noch was hinsetzen, wenn man möchte. Also er hat hier genug Platz gelassen hier zum Beispiel. Kann man sich halt noch was hinsetzen, wenn man will. Hier ist auch noch Platz. Tankstelle. Auch sehr schön gemacht. Und dann haben wir noch den Schafhof. Ja, Karte ist echt. Top. Und der hat gestern Abend noch so reingekniet und die Fehler noch beseitigt, die dann plötzlich auftauchten. Also er ist sehr spät geworden. Genau, das ist der Schafhof. Dann gibt es hier den Schweinehof mit BGA. Hier mit dieser Halle drin. Die müsst ihr dann auch runterladen aus dem Motto. Hier mit diesen. Hier könnt ihr dann die Lage aussuchen, wo ihr es rein kippen wollt. Abladeposition von Vertix Design. Ich war heute auch so Kaffee für meine Eltern zu machen. Und dann haben wir gesagt, das wäre toll wie lebendig. Dieser Schweinestall ist noch Deko. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich dann auch noch ein Update kommen. Erst noch mal überlegen, ob er den hier auch als Schweinestall macht. Aber im Moment ist ja nur Deko. Im Moment ist nur dieser Schweinestall in Betrieb. Kühlelager. Dann können wir... Achso, hier ist noch die BGA. Hier mit... Also wirklich... Ich weiß nicht wie viel hier rein geht, aber das ist hier... Pfff... Ordentlich. Wer gerne häckselt, kann sich hier austoben. Es gehen rein... Zuckerrüben, meine ich, hat er gesagt. 50.000 Liter und 1.500 Liter pro Stunde verarbeitet die. Wenn ich mich jetzt noch so recht erinnere. Und hier nochmal ein extra Lü... Es gibt auf der Karte nochmal 8 solche Güllebäcke... Äh, Bäcken... Bäcker... Güllebecken als Zwischenlager. Und dann gibt es noch den Haupthof. Mit den beiden Zustellen und der BGA. Da... Ups... Bin ich hier irgendwo... Ah ja genau, hier ist das Silo. In die Unterstände... Tankstelle... Hier ist ein kleiner Kuhstall... Und hier ist der große Kuhstall... Und hier ist der große Kuhstall... Unterstände für Hallen oder sonst irgendwas... Hier ist auch nochmal ein großes Silo... Gärreste abzuholen... So... Hier... Hier kann man auch... Hat er gesagt... Hier sind überall Kollis drin... Das heißt, ihr könnt hier auch Lose reinschütten... Rüben, Stroh oder was auch immer... Was ihr machen wollt... Das backt dann nicht durch, ne... Hat überall Kollis reingemacht... Hier ist auch nochmal... Gärreste abzuholen... So... Hier nochmal eine große Halle... Also Platz ist hier... Überall genug... Wie gesagt... Schon gelöst alles... Aber was haben wir noch... Ich glaube jetzt haben wir alles... Ach hier oben ist noch ein kleiner... Kuhhof... Genau... Hier gibt es nochmal einen kleinen Kuhhof... Das kann gut sein... Daniel... Auch schick gemacht... Gehen wir mal in Leufersee los... So... Eigentlich für jedermann was bei... Ne... Forst... Ködau machen... Ne... Hier gibt es genug Wald... Überall... Hier... So... Kann man nicht ordentlich austoben... Hier... Ja... Haben wir soweit alles... Meister Plus... Manuvo System... Alles verbaut... Alles drauf... Ja... Die sieht sehr nach Arbeit aus... Super gemacht... Ja... Ja... Ich hab gestern noch gesagt... Wer da alles mitgeholfen hat... Das waren... Etliche Leute... Meister Plus... Gut und schön... Aber es gibt es... Fast keine Karten mehr ohne... Äh... Du musstest hier nicht machen... Die Map ist nur dafür vorbereitet... Die ist auch ohne spielbar... Das heißt... Manuvo System Meister Plus... Müsst ihr nicht zwingend machen... Achso... Jo... Aufwächst... Moment... Da... So... Moin... Moin... Da sind Wachen... So... Das ist wirklich... Es gibt genug Felder... Es gibt genug Wiesen... Man... Kann wirklich hier... Mit 8 Höfen spielen... Ne... FWS... Sieht auch sehr gut aus hier... Äh... Jetzt ist Single Player... Heute Nachmittag... Das ist mein Multiplayer... Bei Erwin... Heute Nachmittag... Ab 13 Uhr... Marian Bauer... Moin... Auch dir ein schönes Wochenende... Manuvo... Ja... So geht aber meist... Man kann die ganze Zeit nicht mehr hören... Ne... Stefan... Ist ja auch... Eher mal eine andere Sache... Ne... Also ich muss es auch nicht zwingend haben... Mir reicht ein Klee... Oder Vernährungsgras... Würde mir völlig reichen... Ach... Die ist Horse Extension glaube ich... Ist auch verbaut... Aber wie gesagt... Jeder hat ja einen anderen Geschmack... Und... Viele Leute möchten das... Oh... Ich glaube ich muss mal reparieren gleich... Ne... Also... Also... Das ist echt der Wahnsinn... Ne... Äh... Ja... Ja... Ich habe jetzt gestern Abend mal probiert... Ähm... Mit... Ja... Äh... Da wurde die Woche länger gebannt... The Truth... Ah... Heсли... Heuse mensen... Er ist schwer mit... Ganz alter Technik... Ne... Mit Landland und Hahnemann... Und Co... So... McC experimentation. irm... Wie gesagt... Okay. Ja, heute Morgen habe ich extra die Karte erst mal gemacht, weil die ja gestern Abend sehr spät rauskam. Deswegen bin ich hier heute im Singleplayer. Michael Feige, grüß dich, auch die ein schönes Wochenende. Ah, warte mal, habe ich überhaupt... Ja, habe ich. Oh, die ganze locker mit zehn Leuten hier spielen auf der Karte hier. Da haben wir eine große Lohr nach oben, der große Haupthof, dann die anderen Gutshof gibt es noch, dann die kleinen Schweinebetriebe, der ist auch groß. Ja. 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 Ich bin nicht aufgepasst. Ganz kurios. Ah, okay. Mhm. Ja, jetzt haben die Zwift da zurückgestellt. Ja. 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 D타 π Här. Ja. 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 Das ist mein erster Band, wie auch immer ich das jemals geschafft habe. Einen hatte ich auch schon. Aber er war eigentlich unberechtigt. Das waren auch nur drei Tage. Ja, da hat er uns geguckt. Ich hab's vielleicht auch in Blockung. Ich wollte links abbiegen und dann hat uns einer überholt und sind wir reingeknallt. Da war ich auch stinksauer. Hab auch reingeschrieben, was das scheiß soll. Das ist aber auch so. Ja, ich seh das mal so. Meistens wird man selber gefragt, obwohl man dafür nicht kann. Aber der Schuldige kommt immer davon. Florian Plum, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Ja, also in der AGB steht da drin, du musst alles tun, um einen Unfall zu vermeiden. So. Also ich hätte ein Rückspiel gegucken müssen, obwohl wir da gar nicht überholen hätten dürfen. Aber so ist das da. Ich hoffe, dass SCS jetzt bald den eigenen Multiplay rausbringt. Die sind ja schon am Testen. Dann brauchen wir sich da nicht mehr rumärgern mit den ganzen Idioten. Ja, das stimmt. Danke, Florian. Und wie geht's hier? Alles verletzt hier, Florian? Ja. Bitte, danke. Wer noch mal was gucken möchte, ich zeige die Karte gerne noch mal. Jo, machen wir doch gerne. So, so sieht es eben ganz aus. Insgesamt 196 Felder mit Wiesen. Das ist ein Originalnachbauer aus der Gegend Langwedel, ich nenne die Holstein. Dann hat man hier den Pferdehof, hier den Lohner, hier ein kleiner Kuhbetrieb, den Kuhhof, den Gutshof, den Schafhof, den großen Haupthof mit zwei Kuhstellen und BGA, der große Schweinehof mit BGA und hier oben nochmal so einen kleinen Kuhhof. Also Baumwolle und Zuckerrohrs raus, dafür ist Rocken, Trikale, Dinkel, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln, Elefantengras. Na Elefantenbombus. Maische Plus, Manuorsystem und Host Extension verbaut. So sieht es im Ganzen aus. Aber wie gesagt, sage ich, für große Maschinen, maximal mittelgroß. Das sind teilweise auch sehr eng die Straßen alles. Und die Felder sind auch nicht riesig, halt. Mittelgroß bis klein. Ja, also hier kannst du locker mit 10 Leuten spielen oder noch mehr. Ich spiele gerade auf dem Griesbach für Krasilieren. Ah. Also die Karte ist wirklich für alles. Du kannst da gut Vollplay drauf machen, du kannst Multiplay drauf machen, du kannst da auch gut Singleplayer spielen. Du kannst hier auch ordentlich Forst machen. Oder wer gerne häckselt, gibt es auch große BGHs. Also eigentlich für jedermann was. Und der Griesbach, ja, das ist auch so eine schöne. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 LSG MHS V2, grüß dich, auch dir ein schönes Wochenende. Das ist die neue Karte, ja, ist gestern Abend rausgekommen. Einmal der Link in der Beschreibung oder den im Chat, den habe ich gerade reingemacht, da könnt ihr sie runterladen. Ist gestern Abend offiziell rausgekommen. Ja, war schon sehr spät, ich war es gar nicht, halb zwölf oder so, elf, elf, halb zwölf. Ja, in Notarburgen. Nee, immer bei denen auf Discord, Facebook oder Moddingenwelt. Nee, ich war auch auf Twitch bei denen, gestern die ganze Zeit. Da hat er schnell noch ein paar Sachen gefixt, hat noch ein paar Fehler aufgetaucht. Deswegen ist sie so spät rausgekommen. Hat er noch mal richtig Gaffe gegeben, Daniels. Dann kann ich noch mal die Karte aufmachen. So sieht es da aus. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Höfe sind drauf, genau. Von Lohner über Gutshof, Kuhhof, Schweinehof, Schafhof. Kleiner Kuhhof, großer Kuhhof. Kleiner Kuhhof, großer Kuhhof. Kleiner Kuhhof Bye. Okay. Okay. Dann ist er. Okay. Okay. Jetzt ist er. Okay. Und dann ist er. Ich bin doch gerade erst aufgestanden, dann werde ich es normalerweise, sonst bin ich müde. So, voll. Jetzt bin ich im Singleplayer, Flo. Wir sind aber heute Nachmittag nochmal live ab 13 Uhr bei Erwin. Da musste man den Erwin dann ansprechen. Ab ca. 13 Uhr sind wir dann im Multiplayer. Nee, noch einen weiter. Ok, dann zocke ich da vielleicht mit. Jo, Flo. Wollte ich eigentlich jetzt nur so ein bisschen zeigen, ein bisschen rumdatteln. Aber ich denke mal, die werde ich hier auch mal im Multiplayer machen. So. Oh, ist aufgehoren. Oh, 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 oh. Den Job war noch. Lukas, grüß dich, auch dir ein schönes Wochenende. So, ich habe die Ausfahrt nicht wieder verpassen, ich werde es verpassen. Herr Aubek, soll ich dir einen Kaffee schicken, wenn ich schon meine Eltern gemacht habe, oh, dann bist du hellwach. Ich bin hier vorhin schonmal vorbeigefahren. Hier ist es. Ich spiele auf PC die Rade. Ist auch schön, ja. So, ich glaube, die fahre ich mal andersrum rein. Habe ich so. Ja. Hier bekommt er, glaube ich, auch Saatgut. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Nicht, ob ich etwas falsch erzähle. Landhandel. Viehhändler. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas könnte man hier auch noch kaufen. Löse, imposts und einfach mal vorbeigeckeln. Jetzt wird es etwas noch dafür gehen. Lass mich über die Rade zu finden. Lass mich über das Kaffee schau 리它的 H&M Uhr anziehen. Ich werde es nicht mehr sehen. Schau, also aus. Schau, ich rufe zu essen. Bist du deine H&M Uhr kommun ligo. Ich werde das Kaffee schnauschen. Ich werde das Kaffee schnauschen. Da kriegen wir dann langsam wieder Geld zusammen. Eins was ein bisschen schade ist, man hat keine Startfelder am Anfang. Aber ein riesen Fuhrpark. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, die rein ums... Nee. Hier. Nee, oder doch noch zu früh. Selten noch zu früh gewesen. Alles klar Flo, mach das. Lass es dir schmecken. Jo, bis gleich. Guck mal, Frau Bauer, brauchst du noch ne Katze? Hast du auch noch ne Katze? Nee, wir haben, wir haben. Doro Anhäuser, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Dankeschön. Guck mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Ja? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich, ja. Passt, ok. Na, na, das ist schon ganz komisch, mein. Na, das ist immer schon komisch, wenn man warum auch oben. Steckhaufen Togo, grüß dich! Moin und ein schönes Moin, ne? Ja, na, wenn ich kein Multifass spielen kann, dann gehe ich jetzt mit dem Single bleiben. Kommt so bald die 1-4-0 raus, dauert nicht mehr lange. Die Beta ist schon angekündigt für ATS. Nimsbysch, Moin, auch dir ein schönes Wochenende. Ich tut derweil allein aufs Server. Hier, jetzt, heute um Vormittag, ist Singleplayer. Und heute Nachmittag bin ich bei Erwin. Ab 13 Uhr. Äh, wenn ich das nicht machen, dann machen wir ihn zurück. Und du, 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 du bist noch. Ja, moin die gerne. Ich kann immer wieder fragen, ich zeige immer gerne alles. Ich bin ein Bruderpest. So, vierfach, original Nachbau aus der Region Langwedel, Schleswig-Holstein. 196 Felder insgesamt, mit Wiesen. Acht Höfe. Einmal ein Felderhof. Hier gibt es eine Lohner. Hier gibt es einen kleinen Mischviehbetrieb. Hier der Gutshof. Schafhof. Hier der große Haupthof mit zwei Kuhstellen. BGA. Großer Schweinehof mit BGA. Und dann nochmal so einen kleinen Kuhhof. Zuckerrohr und Baumwolle ist raus. Dafür ist Roggen, Trikale, Dinkel, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weilegras, Karotten, Zwiebeln, Elefantengras drauf. Meiße Plus, Ready, Manur-System, Rohr-System. Und hier ist unser Shop. Das ist ja schon gemacht die Karte, ja. So. Ne. Wäre wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und kannst du gut einen Singleplayer spielen, Multiplayer, was auch immer. ... ... Ja, ist mit drauf. Moin Sven Rosenk, ein wunderschönes Wochenende bin ich dir. Ja, wenn ihr die einzelnen Höfe sehen wollt, sagt ihr Bescheid. Kann ich gerne mal überall raufschwingen. Ich kann auch noch mal den Link reinmachen. Einmal gibt es den Link unten in der Beschreibung. Einmal da könnt ihr ihn auch. Könnt ihr euch ausruhlen, den runter legt. Das sind alles original Links. Oh, Telepost. Na, sie hat mit dem Monat auch die Telepost. Ich nehme hier ab, dass das nicht. Also, dass unsere Internation. Hier mal ein Wurzeln. Ja, es ist ein Wurzeln. Mögen, es ist ein Wurzeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da waren halt die größten Idioten rum, die werden nie gebannt, aber von dem selber wird immer gebannt. Ich persönlich spiele nur noch Maps mit Meister Plus. Finde ich schön, dass die Tierfütterung dadurch aufregender wird, aufwendiger. Ja, wie gesagt, jeder spielt es anders, aber hier ist alles drauf. Es ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist alles vorbereitet dafür. Nee, 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 ich war jetzt seit drei Minuten im EFS und wieder von der Hoffnung. Nein, da ist noch nicht ein Online-Spiel. Das nächste Mal musst du aufpassen, ne? Dann werden es drei Monate am nächsten Banken. Und dann drei Jahre, dann drei Jahre später. Ihr habt noch ein paar Jahre später, wenn mal die Das ist die ihr. Ach, werden sie überhaupt sagen. Aber das ist der einen Internation. Wie sieht das vier Jahre später aus der decisions? Nein? Das ist der erste Mal. Das ist gut, dass eine keine Verständnis kam. Und das ist der erste Mal. Der zweite ist der zweite Mal. Ich habe eine andere Hälfte wahrscheinlich ist, Einmal einen Pulling fahren hier. Oh, guck mal, ich habe Kaffee geladen. Oh, ich gebe dir schnell meine Adresse durch. Die Hälfte zu mir und die Hälfte ganz ein AirBn-Ring. Ich schau doch mal bis später. Ich bin um 13 Uhr wieder bei mir. Alles klar, auf Daniel. Bis später dann. Danke dir, Daniel. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Hast du gehört, AirBn? Ja. Oh, da vorne ist schon die nächste Grimmenelebande. Das sieht aus. Also wenn es Kaffeebohnen sind und es dann bei uns ist, ist es bestimmt schon gemahlen. So, wer fährt. Das kriegt sehr gut. Danke dir. 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 Das kommt auf, wenn ich das jetzt kommt. Entschau mich, ob das auch noch möglich ist. Das ist gut. Ich muss hier auch wieder gut lesen. So, ich werde nochmal den Link reinschmeißen, oder den Link in der Beschreibung, könnt ihr euch aussuchen. Vorbei ist das Original-Links, wo ihr die runterladen könnt. Mir gefällt die Map sehr gut, hat es sehr schön gemacht. Also die haben da echt super Arbeit geleistet. Und gerade auch Nils, der hat gestern Abend noch mal schnell ein paar Sachen gefixt während des Livestreams. So dass die wirklich jetzt nach Abend noch rauskamen. Hast du alles gesehen, ja? da ging es ja ganz schön ab es waren ja teilweise über 600 Zuschauer gestern das ging ja richtig ab nein die gibt es nicht in Matub ich habe den Link gerade reingemacht oder den Link in der Beschreibung die ich drin habe könnt ihr euch aussuchen oder bei denen auf dem Discord das geht auch . . . . . . . Und jetzt wird die Südkirche hier rein. Das war auch von anderen Südkirche. Ich hab auch von denen draufhört. Auf Mothub soll die Norddeich rauskommen. Ja, das war's. Das war wirklich. Auch wenn er wieder so ein Vollidiot war, der die Karte hochgeladen hat, obwohl sie noch gar nicht draußen war. Unmöglich, es gibt immer noch so Vollpfosten, die das machen. Der hat die noch gar nicht fertig gehabt, da war die schon hochgeladen woanders. Anzeige war's an den Ablauter, was ich mal sagen. Weil das geht gar nicht so weit. Ja, das hab ich mich nicht erwischen lassen. Die war ja beim Modding-Welt-Under-Verbidden-Mod schon draußen um 9 glaub ich. Aber noch nicht die gefixte Version. Ich denke mal, da hat er so schnell runtergeladen und dann, weiß ich, dann hochgeladen. Vermut ich mal so, dass es so gelaufen ist. Ja, bevor sie den Link da gelöscht haben. Also der muss schon die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass der Link rauskommt. Aber das war ja noch nicht die gefixte Version, die er dann hochgeladen hat. Aber da sieht man echt, wie schnell das geht, das ist unmöglich. Kein Respekt vor Moller oder Mepper. Naja, deswegen hab ich auch wieder aufgehört. Weil ich hab das einmal angefangen, ich hab zwar mal ein THB-Auto da draußen, nur ein zweites Mal draußen. Die selbe Modell, die selbe Mitkonfiguration sind da. Ja. Und dann brauchen sich die Leute nicht wundern, wenn die keine Lust mehr haben und halt nicht mehr freigeben diese Sachen. Aber das hat er gut gemacht, Anis. Das hat sich nichts von abbringen lassen. Das ist ruhig geblieben. Hat mir mal weitergemacht. Echt Hut ab. Ich geh mal runter was beißen, ne? Jo. Jo. Aber ich frage mich, warum man eine Karte hier nicht gehört, woanders rein stellt. Da gibt es immer wieder solche Leute. Weiß ich auch nicht. Die können wahrscheinlich nichts und machen es halt so, ne? Wie, woanders rein. Wie, woanders rein. Wie, woanders rein? Wie, woanders rein. Kaffee Das sind die aus dem Mothub, die letztes Mal kamen. Das ist dieses Anhängerpack. Das kam letztes Mal auf dem Mothub. Da sind sie. Das ist dieses Pack. Was kann ich, wann sie rauskamen? Vorgestern, glaube ich, kamen die raus. Oder gestern. Die sind schön. Die sind auch gut. Wo haben wir jetzt, um die zu nehmen? Achso, achso. Ja, auch schön, dass die auf Konsole auch gekommen sind. Es ist immer wieder schön, wenn sowas kommt. Die sind schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und man hat ja auch einen riesen Fuhrpark am Anfang, also ich habe als New Farmer angefangen, habe zwar alles verkauft Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin auf dem Starthof, den man am Anfang gleich hat Den großen Kuhhof Hier bin ich Bin ich auch geblieben Wir werden uns später den Schweinehof holen Dann haben wir hier zwei BGA´s, da können wir ordentlich was machen Der Gutshof und so, das gefällt mir auch, ist auch sehr schön gemacht Aber wie gesagt, ich werde die auch nochmal neu starten, als Multiplayer Ja Ah, da wird es langsam eng mit den ganzen Projekten Was wir schon alles laufen haben Puh Puh Ich glaube die Bateshagen werde ich dann löschen Wir haben Wir haben die Kandelin Die Nordreich, die bei kommt Und die hier dann noch Dann auf Konsole haben wir die Weltgastfahrung Wir haben die Ebs, ähm, Untergriesbach Oh, da habe ich noch privat noch die Erlengrad Geilsberg Gerade haben wir ihn auch noch Oh, wow Da reicht die Woche gar nicht mehr Äh, was meinst du, wie lange so ein Schlepper ungefähr noch braucht Der im Oktober angefangen wurde Boah, das kann man so nicht sagen Äh, man weiß nicht wie viele Leute dann sitzen Ob er alles alleine macht Wie fit der in Maya ist Oder jemand irgendwo, welches Programm er hat zum Zeichnen Äh, schwer zu sagen Also wenn du alleine bist, brauchst du bestimmt ein Halses, ja Kandelin, genau Und die MVP, die haben wir ja auch noch Und die hinter Kaifeck, hei, 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 hei Ach, die Lehendorf, die hatten wir ja auch angefangen Oh, die hätten wir auch angefangen Äh, einer macht das und der will ihn auf Motto bringen, okay Ja, wie gesagt, das ist immer schwer zu sagen, wie fit der ist Und was für Fehler auftauchen und, und, und Und werdet sich überall immer mit der Viech Vielen Dank. Die ganze Projekte muss ich wohl auch für unsere Arbeit nicht. Ich wollte es gerade sagen, Erwin. Vorbomber Rügen. Ach, und die 40, 50, ja, die haben wir auch noch. Eieiei. Die müssen wir auch bald mal wieder machen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, weil die wollten wir dann rauf, das nächste Mal. Alles klar, Willi. Bis später. Genau, so wie Karten und so wie die Zeit. Und es kommen noch Karten. Ist ja noch nicht lange alles. Es kommen noch schöne Karten noch. Also von mir aus kann der LS19 noch ein paar Jahre bleiben. Es gibt halt viele schöne Karten. Man kann sich gar nicht mehr entscheiden. So wie es aussieht. Ja, weil die genau. So wie es ist, wenn wir das nächste Woche nicht machen. Ja, so ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Ups. Ja, so wie es ist. Wie soll das noch werden, wenn die dann ein Norddeutschen bekommen. Ja, die kommt dann auch noch. Ich spiele den ganzen Tag durcheinander. Und dann doch wieder auf die Welt-O-Vorships. Aber das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Welt-O-Vorships. Oh, bestimmt schon. Über ein Jahr, anderthalb Jahre vielleicht. Ja, gut. So, ich hau nochmal den Link rein hier. Oder den Link in der Beschreibung nutzen. Ah, muss er wieder reparieren. Ne. Hat Andy auch was mit der Nordreich zu tun? Weil er gestern was gesagt hat. Nicht direkt zu tun, aber die tauschen sich ja untereinander auch aus. Helfen sich ja gegeneinander. Untereinander, sagen wir mal so. Nicht gegeneinander, untereinander. Es gab so ein paar Leute, die sich da so ein bisschen... Ja, jetzt auch mal von der einen Gruppe rübergegangen sind. Und ein bisschen stumpf gemacht haben. Sehr manter Möben. Entspancie Freeman. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann live gesehen, wie schnell sowas passieren kann, aber da muss man nicht sagen, dass das scheiße ist, das geht gar nicht. Wenn man eine Karte nehmen mag, warum soll ich die spielen? Genau so sieht es aus, Finnlupe, genau. Agathe-Technik, Lukas, moin, auch dir ein schönes Wochenende. Nein, sorry, wenn ich dich wieder frage, wann kommt deine Web? Das kann ich nicht genau sagen, wie lange die sie auch brauchen zum Testen und so weiter. Ich bin jetzt bei den letzten Dateien noch zu ändern. So, dann schauen wir mal, ne? Aber ich denke mal, spätestens Februar wird sie da sein. Spätestens. Oh, wieder voll. Wie geht das mit dem Discount? Äh, über Handy wolltest du das machen, ne? Also, ich weiß, man kann es über Handy draufladen. Aber vielleicht ist die anderen Chat, der das genau erklären kann. Ich hab's nicht über Handy drauf. Oh, kann das sein, dass heute Mods kommen? Ja, der LKW ist neu, tatsächlich. Ich weiß nicht, wann der gekommen ist, aber der ist neu. Der Vico, ja, stimmt, hast recht. Wenn ich mir nachher mal Andi fragen, wenn der da ist. Der hat auch über Handy die Discount. Ja, es ist eigentlich schwierig, eine Möp vom PC auf Konsole zu bringen. Es ist sehr aufwendig, sagen wir mal so. Du musst sehr, sehr viel umschreien, damit es auf Konsole läuft. Also, PC ist da deutlich einfacher. Wo ist Discount, wenn du ein Discount hast, musst du einen Namen machen und dann weiß ich auch nicht mehr. Okay. Ja, wie gesagt, wenn nicht, Andi, der weiß das. Mit dem Mods hab ich gelesen, ja, ich hab ihr gesagt, hast recht, der LKW ist neu drin. Der Gruppe war aber gestern Abend schon drin, aber der LKW muss heute Morgen gekommen sein, ja. Der Vico. Und da wird... Und da wird... So, jetzt wieder aufpassen, dass wir nicht vorbeifahren hier. Aber warum kommt er heute rein, heute ist das Samstag? Keine Ahnung, vielleicht war der schon im System drinnen und ist heute noch freigeschaltet worden. Dafür braucht ja keiner da sein. Ne, das setzt ja keiner selber rein, das macht das System dann. Ohhhhhhhhhh, das ist all right. Oh, du kannst. Vielen Dank. 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 Die Zeit geht bei MLS-Spielen ja so schnell um. Okay. Okay. So. 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 War es nicht die irgendwo in Thüringen, die glaube ich jetzt auch als 16-fach rauskommen soll? Ich erinnere Ahnung. Ja, was hatte ich mal gehört, ja. Moin, Janis, Diesel Road, grüß dich, ein schönes Wochenende wünsche ich dir, entweder nimmst du den Link in der Beschreibung oder ich mach hier nochmal einen Link rein, da könnt ihr sie auch runterladen und lest bitte in der Beschreibung durch. Das sind ein paar Mots, die ihr braucht, die dazugehören zum Runterladen. Wo? Einiger? Nö, fünf oder sechs Stück insgesamt. Wie viel? Fünf, sechs, mehr sind das nicht. Und wer Meister Plus oder Manurosystem nicht haben will, muss die nicht runterladen dann. Die läuft auch ohne. Heiko, ein wunderschönes Wochenende, grüß dich. Und wo bekommt man die benötigten Mots? Ach da. Ja, da anklicken auf den Link und dann kommst du direkt auf der Seite, wo du runterladen kannst. Ne, dann geht's ja dann auf Download und dann lädt er so runter. Ja. Äh, Vitae Matos Luzak. Äh, Swistik Holstein Mepper. Ja, die ist riesig und ist von Castor. Ja. Ja. Äh, ich finde da nur die ganzen letzten Discord-Ding. Wo? Na, auf, äh, auf der, äh, auf der Internetseite da von, verbinden wir es mit dabei. Also da ist plötzlich Hörtstein. Äh, ich hab einen Linken drinne, von Montingwelt. Da kommst du direkt drauf. Da kannst du die Karte runterladen. Mein ich ja. Ja. Ne, also eigentlich. Ja. Ne, die Funktion. Ne, dann kann ich die Map auch wieder mal nicht spielen. Eine Map von 10. Wenn du sie runtergeladen hast und auch die Mods, die dazugehören, dann packst du das alles in deinen Mod-Ordner rein und dann kannst du die spielen. Ne, Heiko, das ist jetzt die richtige Version, die ist vor zwei Stunden, ne, vor drei Stunden ist die neu reingekommen. Den Link, den ich reingemacht habe. Den haben die gestern Abend gelöscht und heute Morgen wieder reingemacht. Von Montingwelt. Ja, da kann ich die Map vielleicht wieder aus dem Loch nachschmeißen. Ist zwar nicht wütend gemeint, aber ich finde keine Mods, die dazugehören. Ich finde auch keine dazugehörigen Link. Oder ist das noch die... Habe ich jetzt die Eile erwischt. Da bin ich auch, wenn nicht, den anderen Link nehmen, der unten in der Beschreibung drin ist. Der ist original von der Discord-Seite. Share-Mods. Unten in der Beschreibung. Da ist der originale Link drin. Ja, äh, ja, da kriegen wir aber auch immer noch andere Mods dazu. Oder haben wir noch nicht. So, ich hole mir mal im schnellen Käffchen, bin gleich wieder da. Ja. Ich bin ehrlich, da gibt es die Map am Heck vorbei. Da lässt sich die Map halt wieder. Da kann ich die halt nicht spielen. Gibt es nicht mehr. Äh, schließlich hört sich da mal Switch-Livestream. Also, äh, also das gleiche Telefon oder irgendwas. In Instagram ist es trotzdem nicht mehr. Ja. Aber es ist halt kein einziges Blasses, kein einziges Blasses irgendwas. Da wo, wo wir die vierten Mods verladen können. Da wo? Das war's für heute. Ich weiß nicht, was man hat. Ich weiß nicht, was man hat. Kannst du einen Bähemot gemacht? Sollte So, da sind wir wieder. Moin Nudelsburger, grüß dich. Okay, schönes Wochenende. Für online brauchst du immer PS Plus auf der PS4. Egal welches Spiel. Thomas, hast du da noch einen Link für mich, wie ich mir die bedürftigsten Mods unterladen kann, weil da kein Link bleiben muss? Keine Ahnung. Äh, warte mal. Moment, ich guck mal. Äh. Kann ich dich. Ich hab dir gerade eine Link geschickt, eine Einladung. Dann bist du bei dir auf Discord, da kannst du direkt alles runterladen. Warte mal. Wer ist denn Valdi? Ach, Valdi ist drauf. Auf Discord. Herzlich willkommen, Valdi. Und ein Nico. So. Ähm, maximal. So, nur sauer. Ja, dann muss ich mal ein. Die Güllebecken sind hier. Alle in Ordnung. Ich hab schon geguckt. Da bin ich vorhin schon mal rumgeflogen. Das erste. Dann haben wir jetzt mal die Karte anmachen. Wo war das? Am Schafhof war das, ne? Da war jetzt das Problem. Äh, moin. Janis, diese Rot, grüß dich. Ähm, jetzt ist Single Player. Da war das Problem. Man sieht, alles in Ordnung. Das ist alles gefixt. Vielleicht kommt heute schon ein Update. Da gerade wo Kleinigkeiten gefixt worden sind. Das ist gut möglich, ja. Oh, fand ich super, wie der das gestern noch schnell alles gemacht hat. Ich bin benötigt. Also man kann so eine große Map nicht am Anfang fehlerfrei rausgeben. Das ist, irgendwo kommt immer was. Man kann stundenlang testen, passiert nichts. Und den Tag, wo du sie rausbringst, kommt halt mal so ein Fehler. Das ist normal. Die Halle habe ich auch drauf. Die muss natürlich allerdings auch mit runterladen, ne? Sonst ist hier nicht drauf. Ach, da ist das dynamische Lager verbaut. Das ist geil. Ja. Da, warte mal. Da ist sie. Mal ist plus. So, und dann machst du hier mit. Ne, alt T war das, glaube ich, ne? Da. Du kannst die verschiedenen Boxen aussuchen, wo du was reinkippen kannst. Also das funktioniert auch. Aber der Hof gehört mir noch nicht. Boah. Ja. 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 Das ist ein Koppel-Held, 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 Koppel-Held. Das ist ein Dr. James-Koppel-Held, genau. Das glaubt Gott selig. Ich schon noch nicht. Liebfix, das ist doch der Kleine, der da am letzten drin war, oder? Ja. Der noch nie mal wusste, wie er einen Hof kauft, auf der Kante liegen. Dass viele drin sein können, verstehen viele Leute einfach nicht. Hauptsache meckern. Ja, das stimmt Heiko, das ist leider so. Ja. Thomas, kennst du einen Valdi mit... Valdi kenn ich, ja. Einen Valdi von Discord mit dem Tag 7, also einen 70-30-40? Das ist hier der Valdi aus dem Chat, mit dem wir öfter spielen. Von der PS4. Äh, Valdi... Ja, Johnny höre ich scheiße auf Dings. Achso. Äh... Äh, da... Du bist, äh, wenn Thomas auf dem Discord kommst, in den Besuchertreff, da... äh, da zieht sich dann auch noch von uns beiden rum. Erst mit dem Handy jetzt, dann meine ich... Äh... Und den Tag, wo du rausbringst, da taucht plötzlich der Fehler aus. Soll ich einen dummen Zufall. Äh... Das... Ist halt so, kann man nichts machen. Soll ich ihn runterziehen zum Valdi? Ach, ist er da? Ja, kannst du machen. So. Moin, Valdi! Na? Ich weiß nicht, ob er schon richtig eingestellt hat, dass er reden kann. Ach, ich bin schon... Diese Tabletten, ey, die machen mit mir echt wenige Sachen, die ich eigentlich nicht machen würde. Ja, nur weil ich jetzt eine Freifache zuhörte, dann komm her. Ich stehe jetzt, ey. Valdi, hörst du uns? Ah, jetzt... Jetzt kam was. Ich höre dir aber nur Handy. Nicht über Platz. Ja. Ja, sonst höre ich dich gut. Ja, nicht, ja. Wollt' mal, du mal einen Platz reinnehmen. Jo. Ja. Ja. Jetzt wieder weg. Nee, ich höre dich. Warte mal, du hast mir ja noch was anderes einschicken. Ja. Ja, ist nicht so einfach mit dem Handy. Das ist Discord oder so. Ich schieb dich wohl auch auf den Handy. Warum geht das nicht über mein Headset? Ja, ich höre mich auch. Aber nur über mein Netzli. Nicht über mein Netzli. So kurz vor zwölf, Lukas, weil da muss ich schnell noch was machen und um 13 Uhr geht es ja schon wieder los, bei Erwin, dann sind wir wieder live. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, sehr gut sogar. Ja, wunderbar, selbst. Ja, aber wenn man sich erstmal ein bisschen mit auskennt, dann geht das. Du hast halt viele Vorteile hier, das ist kostenlos, du kannst hier Bilder reinmachen, du kannst sprechen, du kannst auch Übertragungen machen. Also, hat sich gut entwickelt, Discord. Ich hatte den vor Jahren mal gehabt, da lief das auch noch nicht so schön, deswegen hatte ich ja TS gehabt, aber mittlerweile ist Discord besser geworden. Auf jeden Fall. Jetzt bist du wieder weg. Nee, ich höre nicht. Achso, achso. Und, und, und GTA 5 spielt da wirklich auf den Desktop-H. Ja, mit dem Grafik-USB-Stick anscheinend. So, jetzt habe ich die Kopfhörer drin. Oh, jetzt hörst du immer richtig gut. Ja, jetzt, genau. Hörst du mich noch? Ja, sehr gut sogar. Alles klar. Dann geht das nicht mal gleich so auf dein Screen-Betal, weißt du? Ja. Das ist ein Mike Schabrauch, ja, das kommt für mich auch recht gut. Geile Sache. Dann kann man wenigstens mal quatschen, wenn du die Tests liest. Das kann man ja sonst liest. Stimmt, ja, ja. Das sind noch so richtig süße Türen, ey. Egal, ne? Jetzt kann ich wenigstens mal mit Augen klatschen. Mit dieser alten Lüge. Türen, ja, 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 ja. Ne, der war ja vorhin schon in den Chat. Kommt der Jürgen nicht aus Nordrhein-Westfalen? Ich meine ja. Ja, das war ja der Nordrhein-Westfalen. Ja. Aber das stimmt der Jürgen, das war ja der. Ja, Mike. Moin Mike. Runden. Komm, Hände. Ja. Du musst ja wahrscheinlich auch nicht gehen, weil du trinkst ja schon gar nicht. Ja. Stimmt, mein Kaffee, ja. Bevor kalt wird. Prost. Hups. Lass mich noch drücken. Ja, das geht schnell. Das geht mir auch manchmal. Ja, du. Vor ein paar Tagen online. Da müssen wir auch mal klicken. Ja. Was ist mit mir, Jörg? Ich sag, Jörg, du bist auch in Discord. Weil ich es gerade drin. Ja. Da ist der Jörg. Auch da ist der Jörg. Ja, siehst du. Na, äh, na... Na, Jörg, mein Jörgchen. Da ist der Jörgchen. Ja, du bist weiter wieder am Bauen. Ja. Da ist der Jörgchen. Ja. Der Mike ist ja mit dem Leben, oder? Ja. Ja. Da ist der Jörgchen. Ja. Ja. Hat der Jörgchen. Ja. 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 Man muss ja mit der Technik gehen. Ja, das stimmt. Leider. Aber siehst du, die Bundesregierung, die hat ja immer noch Faxgeräte, was jetzt hätten die mal abschaffen wollen. Echt? Ja. Ja. Kann man auch. Ja. Letzte Nachrichten. Wir haben ja heute einen Bericht, dass er der Sohn zu den Masken gestellt hat. Sie betrifft das Gesundheitsministerium, ne? Und da hat so eine Frau, die hat einen Haustag in der Küche, hat die Sohn mit Masken gebraucht. Und dann haben wir ein Älter während der Schlagen gelassen. Wer brauchen wir? Das ist nicht für ihren Masken. Keiner bezahlt. Ja, super. Ja, super. Man kann ja nichts sagen. Man muss ja auch nicht mehr so gemacht werden. Ja. Es wird endlich Zeit, dass da oben die ganze Regierung mal abgelöst wird. Ja. Aber wir müssen schon eben. Die sind doch alle so. Nö, gar nicht. Alle raus. Ganz neue. Ganz andere. Nicht hier. Er gibt jetzt einen anderen Job oder so. Alle raus. Arbeitslos. Unterfälle. Alle weg. Und ganz neu. Und die paar neue. Da gibt's genug. Ja, direkt ab. Direkt aus dem Volk. Ja, richtig. Hier oben muss ich nachher auch schnell. Was heißt nachher? Das ist doch schon. Boah, ey, 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 ey. Also du müsstest ja dann auch vielleicht vielleicht niemals fahren, ne? Jo, jo. Haha. Ja, ja. Ja, ja. Holzvergaser wieder anschmeißen. Ja. Die ist gut, ne? Die ist so ähnlich wie die Gowai, die es im 17er gab. Ach so. Ich kenne es ja. Dann tut das gut. Ja. Kannst du auf dem Boot vorbei machen? Ja. Ach mal das. Oder wenn der Ballen verkaufen will, stellst sie vor dem Trigger. Ja, richtig. Zack, zack. Raus. Weg. Es kommen wirklich schöne Sachen. Ja. Und dann beklanen sie die Leute dann, oder? Ja. Vor allem über die Fragen, ne? Wann kommen wir am Motsch? Ey. Kannst du dich totschmeißen? Ja, nochmal. Ich hab extra drei unterschiedliche Tatspielspiele. Und bei jeder Tatsache noch andere Motsch. Da muss ich mal alle wirklich spielen können. Ja. Oh, Fusch am Bau. Bissab ich mal Pflöden und was, ne? Alles klar, Mike. Bis dann, tschau! Wo stehen die Mods zum Runterladen? Da steht die Holstein. Bei denen im Discode. Hier und der Griesbach spielen wir auch noch, ja. Ich wollte die PDF hier rein machen, aber der Link funktioniert irgendwie nicht. Jetzt weiß ich nicht. Ich mach mal den Link von Facebook von denen rein. So, so heißen die Ecken. Wenn nicht darüber mal anschreiben, über Facebook. Aber Holsteiner Design, so heißen sie auch auf dem Discode. Hast du schon mal Ballen verkauft? Also hier auf der Karte noch nicht, nein. Ja. Weil du gerade sagst, dann kannst du ja die Presse eigentlich vor die Biowasserlage, und dann immer gleich diese Lagerballen da reinfallen. Ja. Richtig. Hast du das mit dem Sammeln nicht und dem Transportieren nicht? Ja. Fährst du mit dem Ladewagen hin, kippst du aus. Ja. Auf der Untergriesbach, haben wir da schon mal Ballen verkauft? Ja. 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 Da ist ja kein Ballenverkauf. Ja, ja. Richtig. Weltkauf. Das ist ja auch immer mehr, wie ich es sein konnte. Ja. 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 jemand von mir schlafen gehen wieso bist du müde ja dann legt die doch hin musste immer schlafen wenn du nur eine stunde aber kurz die füße hoch am sofa da hätte ich das problem der wird ihm mit dem bildschirm durchgewandt der legt sich nicht weiter als den menschen auf dem tisch auf augen du hast jetzt irgendwie anders nicht geil wenn man müde ist dann mal schlafen seitdem du nichts im auto ja im auto kann ich auch schlafen ich hoffe doch nicht eben schlafen ja das kann ja das wirklich du bist aber richtig müde ja ich bin gleich wieder da jo ja neun, heute morgen muss ja noch so ein lkw kommen ne iwko hab ich ne leise hab ich ne leise der war gestern noch nicht da für mich lass das nicht kommen der kam gestern genau dann kam heute morgen noch ein iwko 190-38 ja ja nochmal alles hier bisschen dunkel hier ja 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 das gibt es leider noch für pc ja 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 ok ja Ja, das kann man dann mit verschiedenen Kammern aussuchen und auswählen, schön gemacht. Die machen auch super Mods, Bettex Design. Ich bin ja bei denen auf dem Discord. Was die da an Mods drin haben, was du so runterladen kannst. Da habe ich mir jetzt gestern, kann ich mal kurz zeigen hier, den Fredo runtergeladen. Wo sehe ich das jetzt? Auf Discord oder wo? Nee, im Livestream mache ich jetzt mal. Achso, achso. Genau, da ist er. Der Güllebomber, Fredo, VT70 028-3. Mit Regeldruckanlagen, alles drum und dran. Oh, den habe ich schon beim Relive gesehen. Das ist ein Riesending, ne? Ja, ja. Ja, der hat vorhin... Was denn? Alter Schwede. Boah, das Ding ist ja mal geil. Jo, den habe ich da mal dicken gefunden. 32.000? Äh, ja. Äh, Thomas, das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich baue dich unbedingt zum Kampfer um. Sehr Spaß. So, ich habe die Tage mal Agi geschrieben auf Twitter. Und da hat er die XML vom Trigger aufgemacht. Und da steht, dass beiden auch oben bei der Beiber genommen werden. Und auch an den anderen Verkaufsstellen sind alles dieselben Trigger. Okay, dann muss ich das mal ausprobieren. Du hast da auch unser Gießbach? Ja, unser Gießbach. Ja, ich war aber auch mal so wahnsinnig gut da, dass ich mir so, ich denke, dass ich mir mal so gedacht habe. Komm, komm, heute schlafe ich mal aus dem Acker. Richtig. Auf so einen Schlappermotorhauke. Das ist schon warm. Ich würde das mal ausprobieren. Ja. Hier auf oben Schlappermotor schlafen, auf Auke. Ach so, er schreibt gerade, habe ich, aber es geht nicht. Okay. Ja, aber da ist ein paar Wurzeln, muss man daran denken, dass wir da nicht runterfliegen. Ja, der liegt dann im Ratsachsen. Ich muss mir das auch nochmal angucken. Die hauen Wurzeln raus, das ist der Wahnsinn. Ja, da gibt es Mods ohne Ende, also das ist Wahnsinn. Sollen wir mal mit einem Sancombo mit einem 8,78-10-10-10-10-10. Oh ja. Mit dem 85-30-10-10-10-10-10-10. Das wäre ein Träumchen, ja. Das würde schon reichen. Aber ich denke mal, wenn sie wirklich gut detailliert rausbringen, so wie auf dem PC, dann musst du mit 40, 50 Stotzen mindestens rechnen. Jetzt werden wir dann auch wieder eine Karte nehmen. Ja, ne? Ich hab ja auch gesagt, weil mit dem B-Truck würde ich das auch so machen. Scheißegal. Ich fahr ja auf der Wagen, da fahr ich auf den Wagen. Man muss ja nicht 20 Schlepper haben, ne? 22 reicht noch. Genau. Da schick ich dir aber kurz einen Screenshot aus dem LS. Da hat jemand den eigenen Trailboard zusammen gewacht. Mit dem Grafikprogramm. Was ich mache da? Auf dem Handy oder was? Ne, am PC. In der LS. Ja, aber da schickst du jetzt auch so hin. Ja, ich kann mich da auch so hinlegen. Ob ich das auch sehen kann, wie du auf das hinlegen kannst. Hehehe. Den Schurz bitte laden. Das ist denn auf deiner Seite? Ja. 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 Genau so. Jetzt hab ich schon wieder so heftiger Bauschmerzen. Warum auch immer? Zu schnell gegessen? Oder zu viel gegessen? Oder so. Und das ist jetzt die Ortschaft, die hast du gebaut jetzt? Ne, da hab ich ein Grafikmod zusammengepasst. Mit dem Grafikerprogramm eigentlich, was eigentlich Geld kostet. Das sieht gut aus. Mit dem Nebel eigentlich. Dann würd ich das umhauen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, wir haben einen neuen RX in Gothen. Ich habe vergessen. Hat die... Ne, das ist richtig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hatte... Ich hatte mal einen THW-Backen auch in den Motto gelassen, den ich selbst umgebaut hab. Aber auch mit dem... Aber auch mit der Erlaubnis von 8 Dollar. Ja. Du musst mal vorsichtig sein, ne? Ja. Ja, ich hatte auch die Erlaubnis. Achso. Und... Ja, äh... Dann... Drei Wochen später... Geh ich auf dem Motto. Das ist ja egal. Hat er erst benutzt? Nö. Ein Wildbremster. Ja. Hat sich mein THW-Wagen genommen. Ja, äh... Dann... Da noch... Da haben wir das... VW-Logo... Da stehen... Da sind dann ein VW-Stück-Logoblech da rausgemacht. Mit dem W-Logo rein. Aber wo man es ganz genau sieht, dass es ein VW ist. Ja, da sieht man mal, wie es dumm sind, manche Leute sind. Dummlich. Das ist schlau, ne? Hat halt... Er hat halt deinen verwendet und hat's gedacht, so. Ja. Das ist eine Schweinerwelle. Macht man einfach. Was? 256 Downloads. Halleluja. Hohoho. 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 Hohohoi. So, beim Heizwerk. Da wo man auch Hackschnitze verkauft, kann man sie verkaufen. Aber nur Stroh, Heu und Gras. Keine Silage wollen. Ah. Okay. Am Heizwerk? Am Heizwerk schattet er, ja. Ja. Na gut, dann kannst du ja schon ein bisschen mit Strom ein bisschen helfen. Ja. Jawoll, Aubex. Da muss man schon die Hände wegschmeißen. Da bin ich mal gespannt. Was der da sagt, zu dem Mietverzeug, aber was wir uns dann vielleicht später mal festkaufen wollen. Das ist schon so ein kleines Buch. Ich weiß es nicht. Ja. Der ist schon noch... Noch ist er genügend. Das ist nicht Puma. Das ist Puma. Richtig schön. Oder Black Blue Edition Edition. Bisschen große Wagenfahrzeuge. Ja. Die sind hinten. Die wurde ja voll. Die haben auch was freigeschlappt. Ja. Ja. Ja, ich habe... Mit dem schönen Standlader. Ja. Ja, die Scheiße ist halt... Das geht schon relativ wenig. Da muss man auch aufstehen. Da muss man eine Beute. Mit den Vanetten da beziehen. Ja, das ist aber überall so. Und das Ding ist halt das alte Teil. Dann haben wir noch einen 6R. Dann haben wir auch einen Husten. Das ist geil. Und das Ding ist halt das alte Teil. Dann haben wir noch einen 6R. Dann haben wir auch einen Husten. Dann haben wir noch einen Husten. Dann haben wir noch einen Husten. Das ist doch kein Husten. Das ist doch kein Husten. Das ist echt. Das ist wie ein Foto-Montage. Das ist so. Das ist echt. Was ist das? Spielt der unter Griesbach mit Season? Äh, nicht im Multiplayer. Singleplayer hatte ich immer mit Season gemacht. Oder angefangen. Lachen wir mal so. Mal sehen, wann es da weiter geht. Im Moment ist das alles bisschen viel auf einmal. Ja, Moment. Na ja. Ich sag mal so. Ich bin mir nicht zu voll mal was an einem Takt-Vormotor rumzuschrauben. Da mal was zu machen, dass es dem schneller passt. Jetzt fährt die 6R. Hätte ich gesagt. Ja. Jetzt fährt der 6R schneller als eigentlich eingefragt wie ist. Ja, der fährt 63. Also ich war jetzt hier auf der Map auch am überlegen Season reinzumachen. Vielleicht mach ich das auch noch. Deine Liste, Totsinger. Vielleicht ist das nicht anders. Soll ich die machen, mach ich das nicht. Können das auch reden. Ja. 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 Die Fahne hier hat aber auch große und kleine Fäder. Ja. 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 Mit Twinsmarket hast du hier teilweise Probleme, weil die Straßen und alles wirklich sehr eng sind, auch durch die Dörfer. Der, der hätte die Zaunöhe oder der? Der reicht hin, ja, genau. Die klassische Problemaelter Creation, ja. Reicht eigentlich auch. Warst ja nur 2-3 größere Felder, aber quest. Der Fall ist etwas kleiner. Wenn ich mal in einen MB-Tranck einsteigen sollte, dann rufe ich mal von Thomas an. Ich bin nur Automatik geworden. Dann kannst du mit dem MB-Tranck schon gar nicht fahren. Da musst du erst das Gaspedal durchdrücken, Bremse festhalten. Echt? Ja. Wo geht denn durch? Dann musst du den Lärlauf reinmachen und die unter Kicke legen. So. Ist das so wie die neuen modernen Kette? Da sind sie so umdrehen und einfach das und das nicht. Ja, äh, ne. Ja, ich, ja. Sparschäler, sind wir jetzt oder wer da? Als ich gestern noch nicht mal hinwochen hab. Na gut. Na gut. Auch muss ich zusagen, was machen die Tabletten mit mir? Irgendwie. Sparschäler. Wie sieht das denn? Ja, ich würde alles reinmachen was geht zum Anfang und sehen ob es Probleme gibt oder nicht. Erst wenn du 20 Stunden spielst und dann alles reinmachen, dann ist alles weg. Ja, werde ich auch noch machen, ja genau. Ich hab aber sowas alles drinnen bis auf Cicen, ne. Ja, und jetzt gibt dieses Mischkutzfall noch nicht an. Mensch. Ja. Ich hab jetzt auf der Wagensberg hatte ich auch mit Cicen und mit Prozessuersfarmen geführt. Aber Cicen soll wie wir es heute morgen selber fahren. Ja. Ja. Aber MB-Tag fahren ist schon eine schöne Sache. MB-Tag müsste eigentlich fahren. Äh, wie ist es? Mit denen alles angestellt habe, war sie. Ja, und Kumpel wollte auch immer mit, egal. Hauptsache mitfahren. Du musst dich immer abholen. Und wir sind von, von Ötze, Elze, weißt du, kennst du die Ecke? Mhm. Von da bin ich ja losgefahren in den Harz rein, damals. Wo dieser Sturm Kyrill war. Da hab ich, da hab ich dann ganzen Buchenbruchholz geholt aus dem Harz. 2013, ne? Ja, ich glaub irgendwie sowas. Lukas Kluhr, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Auch Forstetion habe ich drin, ja. Nachts, nachts um drei losgefahren. Und abends um, boah, ca. 0 Uhr waren wir wieder zurück. Mit Auflagen alles. Da hab ich vom Kumpel seine zwei Brauerei-Anhänger gehabt. Große, ne? Die hab ich geholt. Die hab ich geholt. Eine aus Hannover. Einen Tag vorher schon. Und dann völlig überladen. Ey, wenn die mich da angehalten, ey. Bis oben hin. Voll mit Buchenholz. Thomas, hörst du Musik wenig an so einem Mischpult an diesen Talon-Drehungen? Im Moment hör ich noch nix. Ich auch nicht. Okay, gut. Das ist sofort da. Da krieg ich jetzt noch ohne Bedenken. Ja, du darfst doch keine Musik spielen. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Das mach ich nicht. Aber es war schon ein Erlebnis, ne? Also die Steigung da hoch, voll belahnt. Also zwei Gänge hatte ich noch frei im Krieggang. Aber er hat gezogen. Er ist hoch. Das ist ja schwer. Na? Mb-T-Power. Das ist Mb-Trakt. Ja. Das ist halt wahnsinnig Dinger. Ah, ich war auch sowas von überladen, ne. Und alles ist super gelaufen, ne? Dann zu Hause angekommen. Da musste ich hier rückwärts reindrücken auf dem Grundstück. Du hast ja wohl gegengefahren. Ne. Eingesunken. Flop. Habe ich nicht mehr rausgekriegt. Schau. Ey. Und das ist auch eine sehr enge Straße gewesen. Sondern... Ja, da bin gerade so durchgepasst mit dem Trecker. So. Oh, dann nachts noch schnell halb abgeladen, dass ich den rausdrücken konnte. Hahaha. Da ging zu tun. Da ging nix mehr, ey. Ich hab auch noch nicht mal geduscht. Ich hab mir einfach so... Pff. Klamotten raus aufs Sofa gehauen. Hahaha. Das war ja im Januar? Ich glaub im Januar war der Sturm gewesen. Ja, ja, ja. Mitte Januar. Mitte Januar, genau. Mit dem B-Trag, der durch den Harz durch, durch den Wald durch. Da war echt schon... Wahnsinn. War schon ein Erlebnis. Was? Äh, weil die... Äh, ich... Äh, ich... Äh... Naja, ich denke... Ich denke mal, du hast... Äh, ich denke mal, du hast bestimmt schon gehört, äh, was... Was da noch für einer, einer ist... Also, meine Nachbar... Oh? Ja, hab ich ab und zu gut gekriegt, dass der noch nicht stimmt, äh... Naja, äh... Na gut. Äh... Na gut, ich sag mal so, äh... Der hat mir mal das Moped... Moped zieht, darf ich mir mal vom... Opa... Äh... Ja, darf ich mir mal vom... Vom Opa... Ja, die Suchfrau... Motor aus dem Linden hergerast. Wir sind auch mal. Thomas, brauchst du noch eine Hausfrau? Der ist weit geflogen. Die? Kann man nie genug haben. Hahaha. So, kann ich jetzt hier rüber? Vermietet Gene... Gene jetzt Hausfrauen? Ja, keine Ahnung. Wem willst du... Kann ich auch eine vorbeuschicken? Oder willst du deine Mutter wegschicken? Hä? Ich biete... Denk ich mal, ich weiß es nicht. Wollt, wollt. Mensch, Gene, was machst du denn, Thomas? Das geht schon so einfach. Das ist Sklavenhandel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ja. Toll, Aubex. Gut gemacht, Aubex. Übergang verkackt. Egal. Oh, ja. Ein Handy hat kaputt gemacht. Ich muss auch mal hier raus und ein Handy ausfragen. Gut, wie geht das jetzt nicht? Äh, Mama Mia, geh mir auf den Zeiger mit ihrem Putzzeug. Alexander Spanier. Moin, grüß dich. Auch dir ein schönes Wochenende. Thomas, ich sage mal hier ein Tschüss. Ich bin mit meinem Discord. Ja, ich mache auch nicht mehr so lange. Ja, ich bin ja mit uns fliegt noch. Jo. Hi, okay, Weili. Ciao. Jo. Ja, ciao. Jo. 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 Du kennst das Spiel Beat Saber? Ne Das ist so ein Spiel für die VR-Trailer, da muss man so mit diesen VR-Joysticks da so kleine Würfel zerhauen, diese Würfel kommen auf einen zu Ist die Map gut? Und diese Würfel haben so eine bestimmte Drohne über Achso, die Map ist sehr gut, ja, also finde ich, also die ist wirklich sehr sehr schön gemacht Momentan entsteht halt dann so ein ganz ganz Ne, Konsole ist heute nicht schienen, nachher kommt noch mal PC, da sind wir dann bei Erwin Ja, was wäre Ich bin, ja Gut, ich, ich diskutiere jetzt mal nicht weiter mit Truckers MP, da werde ich im Endeffekt noch länger gebannt Ich sollte mal aufhören mit Diskuturen Ob ich einfach Truckers MP in Ruhe lassen, ich kann es auch echt nicht lassen Na gut, na gut, na gut, ist auch zu kurz aufhören Ich glaube, ich werde meinen Namen mal anpassen, wenn ich es nicht mal Oh, da werde ich noch wahrscheinlich Eideffekt Moment, ist der Preis so runtergefallen jetzt? Oh ja Sollte man ein HGE für nächstes Mal verkaufen HGE, wo ist das? Hattfleisch Ah, scheiße, da habe ich mich abgemeldet Was war mein Name? Äh, mein Name sag ich schon Ach, hier ist HGE Da müssen wir dann hin Äh, wie war denn das da jetzt bei Youtube mit umbenennen am PC? Oh Gott, Gott, habe ich noch nie gemacht Ja, am Handy weiß es ja Was ist jetzt mal mit meiner Haushälterin? Kriege ich die? Ach hier, warte Ach mit den Preisen, ja, nun Das war ja jetzt gewaltig weniger, ne Also Ja, ich hätte auch vorher gucken sollen, ne War ich ja selber schuld eben Ja, aber vorhin waren der über 1000, jetzt plötzlich 300 noch was, also Über 700 Euro weniger pro 4000 Liter Das ist schon ein gewaltiger Unterschied Äh, höre ich ganz gerne haben, du mal schicke ich dir im DHL Boah Boah Ach, so kann ich mich gar nicht nennen, dass ich ADHS im Namen habe Ah, ich verstehe Youtube, das verstehe ich das deutsche Gesetze Ja, wir sind keine Kalapazie Ja, da hätte ich reingemussten, äh, hinten drauf Ja, da hätte ich reingemussten, äh, hinten drauf Das ist die Änderung Über, über alle Über alle Über alle Ja Und jetzt habe ich mich, hier können die mich jetzt so nennen Kuche Das ist Kuche jetzt ganz schön kuriosko, das muss ich ehrlich sagen ADH, hm, danke Kuche Was war das für heute schon mal passiert, eins hat vorbei Ja, die sieht man hier nicht so schnell Was denkst du, der Gokko kommt, kommt das mit, mit dem, mit dem Namen Mit bleiben Wie jetzt den Namen, dem, den wir wirklich so auf Youtube merken Ja So, wie spät da haben wir es? Oh ja, müssen wir Feierabend machen erstmal, sonst schaffe ich das alles nicht für nachher. Ja, ich sag's mal so, es gibt Leute da draußen, zum Beispiel auch am Süden. So, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die ganzen Likes und Abos, ich hoffe ich konnte euch einiges zeigen von der neuen Karte, wünsche euch einen Rest, schönen Samstag, schönes Wochenende und wer möchte, wir sehen uns nachher wieder, ab 13 Uhr sind wir dann bei Erwin, auf der Hinterkaifeck. Bis dahin Leute, macht's gut, tschüss. Vielen Dank. poopers